das war geil jetzt hast du das gesehen leute die einsaugen könnte ich dann ich bin gleich da schon wieder komischen telefon was kaputt machen kann was dann aber in der sequenz wieder da ist und boom ich hoffe ich spiderman so zack und gleich bin ich da und genau reinkommen ich habe es und ich zerstöre es und wetten in der sequenz ist wieder da werden wir gleich sehen mal lohn nokia das hat zumindest aus mir egal ich muss mich daran wecken und das jetzt wieder ich bin zart das ist so springen ganz voll geil und so so ich kriegte mich nie niemals oh erstmal vor die Feuerleiter äh Feuertreppen in meinem Kopf eingerammt und einer einer E-Leute er wird aber voll rein äh zerstören sowas sowas ist schön achso sowas ist nicht schön was ich muss die Dinger wieder zerstören bis ich hier wieder leben habe und vergessen was vorhin war und dem was ja aber es ist schlimmer weil hier wieder so viele Einheiten sind dann das jetzt noch nicht mehr vorhin und bumm das hat mich jetzt erwischt ich weiß nicht aber trotzdem bin ich tot egal jetzt bin ich wieder guter Laune äh genau ich sollte jetzt vorher das auswählen zack und zack so das was ist jetzt oder unterschied schild armor schild ist jetzt besser rüstung oder schild schild im rüstung obwohl armor ist jetzt nicht unbedingt rüstung schild 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 zack schild es gibt nicht viel leben und stamm weiß nicht daran was soll ich denn hier vorne? da vorne soll ich das da rückmachen und wieder verkackt ok das ist schon wieder so was schweres wie vorhin egal das kriege ich hin springt sich selbst weg der Typ verrückter oh mein gosh kann ich die von der ferne entfernen? muss ich nicht was? so und bumm was zieht mir denn hier die ganze Zeit Leben ab bitte? ich zerstöre dir doch die ganze Zeit die Dinger aus der Ferne sogar da können wir doch theoretisch nicht mal irgendwas abziehen das gibt keinen Sinn für mich das zieht mir hier Leben ab wenn ich jetzt zu ferne die Dinger zu stehen was? ja schön guck euch aber hier sind viele so alter ich komme in den Nähe boom direkt wieder alle ballern mit Raketenwerferner Supersoldaten man hat keine Chance Leute das ist echt nur fies es macht nicht mehr mehr Spaß die Spieleentwickler haben da bisschen übertrieben sind wir zu streifen am Rand waren nicht schon immer da? ich bin mir nie aufgefallen war nicht schon immer da diese kurzen Streifen was? die haben mir nie aufgefallen fick dich ok ich werde wieder nicht haben äh ich sterbe mal kurz Leute weil ich schaff's jetzt sowieso nicht und ich will mir mal kurze Taktik überlegen gleich wie ich das vorgehe also ich bin hier erstmal sollte ich ja wahrscheinlich den unten rechts in der Ecke weg machen ich könnte mir den Panzer da klonen also auf jeden Fall mache ich erstmal das hier und dann mache ich das hier so so ich mir den Panzer dann mache ich die Dinger damit kaputt was gut ist ja wenn ich reinkomme dann so wenn ich reinkomme ich meine ich drück schnell genug eigentlich ist es unlogisch dass ich nicht reinkomme jetzt bin ich drin so jetzt bin ich drin doch so ist es besser wenn ich keine anderen Verstörungen kann es hinterher noch nutzen wie jetzt zum Beispiel kann ich den gleich wieder benutzen und dann ist es besser anderen zerstören wenn die mich reinlassen immer sind immer wenn ich gerade aufgeschrieben die in der Pakete sind voll Asien Herr Asich was eigentlich Asien so jetzt wir müssen hier theoretisch nichts bemerken so nicht drinnen dürfte es ganz einfach zerstören können ohne dass jemand was sagt oder ich habe nicht die Panzer verletzt sie sagen nicht wenn ihre Anlagen kaputt machen aber wenn ich den Panzer beschädigen genau realistisch wenn ich witzig das heißt ich war jetzt in den Panzer hier durch und um alles kaputt das habe ich innerhalb von wenigen schafft man mal nachgedacht solche Liedi sagen nicht wenn ich die anderen nur wenn ich den Panzer beschädigen lol ey das finde ich witzig ah diese Panzer Steuerung ist im Arsch ja die KI ist wirklich ein bisschen für den Arsch ein bisschen aber gut was heißt muss ich äh macht nichts wieso sollen wir was machen aber diese Panzer Steuerung geht mir gerade voll auf den Sack steuert sich nicht richtig jetzt ist es richtig aber verkehrt nicht ah jetzt hat sie was gemacht wir müssen den Super-Soldat töten er ist am wichtigsten wenn es der tot ist keine Ahnung was das soll ah schnell weg schnell weg schnell weg schnell weg hier und sterbe ich nämlich wieder ich habe jetzt schon voll viel erreicht ich haue jetzt einfach ab dann verwandle ich mich hier in Alex wie ich gerade bin steck mich kurz dass mich keiner mehr sieht verwandle ich mich wieder zurück dann bin ich unentdeckt er hat mich bitte hier gesehen ja den würde ich gerne mal sehen wenn ich hier gesehen habe den würde ich gerne mal sehen ich würde mal zeigen wer mich gesehen hat ich krieg das schon allarmieren dass ich unentdeckt bin ey wer ballert denn hier so krass gibt's doch hier nicht ey aufgehungsdrohne wie bei mw2 scheiß dinge scheiß dinge gibt's doch nicht ey was ist denn hier los was ist denn hier los ich kann mich denn hier drinnen noch sehen ich kann mich denn hier drinnen noch sehen cheater scheiße cheater dinge ja übertreibt ok warte d genau so das ist doch ne gute idee naja blada naja blada naja blada naja blada wieder mal total nett ist mir egal naja du hast eigentlich schon reingekillt schön was ist das jetzt lol äh lea lol lea lol Leute das ist geil diese Copter Clown ist schon witzig vor allem bei die sich dabei gegenseitig abballern und so wird man die ganz schnell los